Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Herzlich willkommen zu unserem Review zu Bridgerton Season 3 zusammen mit Sven. Hallo Sven! Hallo! Und mit mir Britt-Marie und wir haben ja schon einmal über die erste Halbstaffel der dritten Staffel gesprochen und jetzt ist die zweite Halbstaffel rausgekommen und dann haben wir uns gedacht, wir müssen auch unbedingt darüber reden und wir werden jetzt aber quasi einen Rotumschlag machen und einen kompletten Staffel-Recap von Season 3 machen, denn das so aufzusplitten, das ist ja auch irgendwie doof. Und das ist auch gleich das, was wir sagen können zu genau dieser Teilung der Staffeln, denn wir waren uns letztes Mal schon einig, wir fanden es beide doof. Ja! Ach! Ja! Es war so, dass die ersten vier Folgen dieser Season 3 am 16. Mai von Netflix gesendet worden sind, publiziert worden sind und am 13. Juni kamen dann die zweiten vier Folgen. Also insgesamt bestand diese dritte Staffel aus acht Folgen, a immer ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde und ja, es war wieder einiges los im Bridgerton. Wir hatten wieder eine ganze Menge Dinge, die passiert sind, eine ganze Menge Leute, die aufgetaucht sind und wieder verschwunden sind, was dich ja Sven immer so ein bisschen durcheinander bringt, wer gehört zu wem und wo habe ich die zu verorten. Aber generell kann man sagen, dass in dieser Staffel das Haupt-Love-Interest, also das Haupt-Pärchen, mit dem wir mitgefiebert haben, das waren Colin und Penelope und das wussten wir, das war angekündigt. Das ist mein persönliches Lieblings-Pärchen. Ich bin ein riesen Penelope-Fan und ein riesen Colin-Fan, wie das ja im Fankreis, wie das Pärchen im Fankreis genannt wird und habe mich da sehr, sehr drauf gefreut und habe dieser Staffel wirklich entgegen gefiebert und habe jeweils die vier Folgen dann auch weggesuchtet. Und du bist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, immer, wenn ich mit dir über Bridgerton rede, dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, oder? Ja, man muss auch sagen, die Staffel war schon eine Herausforderung für mich. Ja, also wir machen da ja immer unsere Witze drüber, dass du quasi gezwungen wirst, Bridgerton zu gucken, damit wir drüber reden können. Ein bisschen ist es so, aber bisher hast du doch immer noch irgendwie so deine Freude dran finden können. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was du zu dieser Staffel zu sagen hast. Aber bevor wir da ein bisschen weiter eintauchen, können wir vielleicht noch drei, vier Sachen zu dieser dritten Season zusätzlich sagen. Unter anderem nämlich, dass es diesmal eine neue Showrunnerin gab für die Serie. Und zwar hat also das Ruder gewechselt und hinter dem Ruder steht jetzt Jess Brownell, die, ich habe vorhin so schön gesagt, ein Shonda-Girl ist. Sie hat also schon mit ihr zusammengearbeitet bei Queen Charlotte, aber auch bei Scandal zum Beispiel und ist jetzt, wie gesagt, bei Bridgerton diejenige, die da alle Fäden in der Hand hält. Und ich persönlich finde, sie hat ihre Sache gut gemacht. Und der eigentliche Stoff aber, der kommt ursprünglich ja von Julia Quinn, die Schriftstellerin, die eben mehrere Romane geschrieben hat über die Familie Bidschatten. Und jeder Roman ist quasi einem Kind gewidmet, beziehungsweise in dem Fall ist es halt Colin, dem es gewidmet ist, weil er ist ja mit Bridgerton in dieser Beziehung. Hier in der Serie ist es natürlich alles etwas, teilweise ein bisschen abgeändert, aber die Eckpunkte sind identisch mit den Romanen. Und den Stoff entwickelt hat Chris van Dusen, der ja auch kein Unbekannter ist im Regency-Genre. Ja, und das war so ein bisschen so das Team, natürlich abgesehen von Shonda, das jetzt auch hinter dieser dritten Staffel stand. Ich habe schon gesagt, im Mittelpunkt steht das Pärchen Colin und Penelope. Kannst du ein bisschen versuchen, mit deinen Worten zusammenzufassen, worum es denn eigentlich ging? Also es ging darum, dass die beiden sich ja schon sehr, sehr lange kennen und sie, also Penelope natürlich ihre Liebe zu ihm gewachsen ist und immer weiter gewachsen ist und die beiden jetzt da natürlich zueinander finden. Aber es gibt dann halt auch immer diese Probleme, gerade so Penelopes, ich nenne es mal geheime Identität, kommt stückweise. Wir werden definitiv spoilern. Also du darfst gerne, das ist ein Spoiler-Cast. Wer es jetzt nicht gesehen hat, der, genau, der hätte nicht einschalten. Der muss mich spätestens jetzt abschalten und wenn ihr jetzt, jetzt weiterhört und euch dann beschwert, dann seid ihr selbst dran schuld. Also sie ist ja Lady Whistledown und sorgt für Klatsch und Tratsch und allerhand, nennen wir es mal etwas Unruhe. Also ja, das Problem ist, dass man ihr langsam immer mehr auf die Schliche kommt, was natürlich zu einigen Beziehungsproblemen führt und generell halt auch für noch mehr Trubel und Unruhe im Hause Bridgerton und Umgebung. Vor allen Dingen ja auch deswegen, weil Colin keine Ahnung hat, dass Penelope Lady Whistledown ist. Ihre Identität, also dass sie Lady Whistledown ist, wissen eigentlich nur zwei Leute. Das ist Madame Delacroix, die Schneiderin. Mit der arbeitet sie zusammen und teilt auch sozusagen die Einnahmen. Also die sind da ein Team. Penelope ist die, die schreibt, aber Madame Delacroix ist diejenige, die halt so von wegen drucken. Und die halt also so die, wie sagt man, Produktionsseite sozusagen in der Hand hat und natürlich auch Gossip entsprechend auch weitergeben kann. Ich meine, was hört man nicht alles? Schneider und du weißt ja und Bedienste und so, die kriegen ja alles irgendwie mit, die sind unsichtbar. Und dann noch Eloise, die beste Freundin, ehemals beste Freundin von Penelope. Denn nachdem Eloise herausgefunden hat, dass Penelope ja Lady Whistledown ist, hat sie sich ja verraten gefüllt und hintergangen. Vor allen Dingen auch, weil Lady Whistledown ja auch schlecht über Eloise geschrieben hat. Und nicht nur über Eloise Familie, sondern auch über Eloise selbst. Penelope hat das damals gemacht, um sie zu schützen, aber hätte sie auch durchaus anders agieren können, aber das ist eine andere Diskussion. Und deswegen startet diese erste Staffel damit, dass sie also schon mal dieses Zerwürfnis mit ihrer besten Freundin hat, quasi schon Schwester. Und die sich halt auch nicht mehr angucken und nicht mehr miteinander reden. Und zusätzlich dazu kommt noch hinzu, dass das Letzte, was wir bei der letzten Staffel, womit die letzte Staffel aufgehört hat, war, dass Penelope gehört hat, wie Colin zu seinen Kumpels irgendwie so eine Männerrunde gesagt hat, Er würde ja Penelope Featherington niemals, nie, 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 nie im Leben auch nur heiraten wollen und auf die Idee kommen, überhaupt um sie zu freien und überhaupt sowieso. Das heißt, Penelope ist eigentlich mit so einem gebrochenen Herzen aus dieser letzten Folge, der letzten Staffel raus. Und genau da im Grunde sitzt auch jetzt diese dritte Staffel wieder an. Es liegt eine Sommersaison dazwischen. Alle waren irgendwie unterwegs und im Urlaub. Ja, und dann sehen wir eben, wie verschiedene Hauptfiguren sich halt verhalten. Und Colin war unterwegs auf Reisen und kommt da jetzt wieder als Gentleman und irgendwie weltgewandt, gut aussehend. Da hat er auch ein Glow-Up in der Zeit, in der er unterwegs war. Irgendwie so ein kleines Mini-Makeover. Und alle Frauen sehen ihn jetzt als super gute Partie, den sie alle haben wollen. Und Penelope aus der Weite ist ja schon seit Jahrzehnten in ihn verknallt, auch. Aber gleichzeitig ist sie halt auch stinksauer auf ihn. Und das heißt, diese ersten vier Folgen drehen sich eigentlich darum, dass die beiden wieder zusammenkommen. Und auch darum, dass Penelope, nachdem sie dann wieder mit Colin redet, sagt, in dieser Saison jetzt muss sie unbedingt einen Mann finden. Das ist ihr drittes Jahr auf dem Heiratsmarkt. Sie ist im Grunde schon als alte Jungfer abgestempelt. Und das will sie nicht. Und ihre einzige Möglichkeit als Frau in dieser Gesellschaft, Unabhängigkeit zu erlangen, ist, wenn sie verheiratet ist. Es ist Unabhängigkeit und Sicherheit. Und vor allen Dingen will sie auch raus aus der Familie. Sie ist so ein bisschen Aschelputtel-mäßig mit den zwei bösen Stiefschwessern oder bösen Stiefmutter. So ein bisschen wird das ja gezeichnet. Und dann sagt Colin, ich helfe dir. Ich gebe dir Tipps, wie du am besten einen guten Mann findest. Und über diese Geschichte stellt er fest, okay, Moment, warum bin ich jetzt plötzlich eifersüchtig auf den Mann, mit dem sie da anbandelt? Oh, vielleicht bin ich verknallt in Penelope. Und diese ganze Entwicklung, die haben wir in den ersten vier Folgen. Und in den zweiten vier Folgen war ich natürlich jetzt gespannt. Da haben wir ja diesen massiven Glyph-Hanger in Folge 4, wo die beiden ja zusammenkommen und wirklich auch eine Steamy-Szene in der Kutsche haben und knutschen und so und sich anfassen. Und er dann am Ende sagt, willst du mich heiraten oder was? Und sie sagt, ja, und wir sind alle voll glücklich. Und ich so, ja, sie haben sich gefunden. Und in dem Moment fiel mir dann aber ein, ach verdammt, da ist ja auch noch das Lady Whistledown-Problem. Und genau darum geht es dann nämlich jetzt in den letzten vier Folgen, also in diesem zweiten Halbteil der dritten Staffel. Ja, die beiden sind zusammengekommen, sie werden heiraten und man kennt meinen Friede, Freude, Eierkuchen, aber nein. Verschiedene Leute versuchen, die Identität von Lady Whistledown rauszubekommen. Gleichzeitig setzt Eloise ihrer Freundin oder nicht mehr Freundin die Pistole auf die Brust und sagt, wenn du es meinem Bruder nicht sagst, dann sagst ich es ihm. Und wir schon alle als Zuschauer total, total, oh mein Gott, wenn sie es ihm sagt, dann macht er vielleicht Schluss und sie heiraten nicht und es geht auseinander und oh mein Gott. Ja, und um diese ganze Problematik dreht es sich vor allen Dingen auch, weil dann noch andere Parteien tatsächlich das Geheimnis von Lady Whistledown herausbekommen. Inklusive der Queen, die ja auch die ganze Zeit schon versucht, Queen Charlotte herauszufinden, wer denn Lady Whistledown ist. Und alle üben Druck auf Penelope aus. Und sie weiß halt nicht so richtig, ja, was sie machen soll und muss sich dadurch diese Untiefen durchnavigieren. Genau, ja. Ja, jetzt habe ich es fast schon nacherzählt, aber das war alles wichtig. Das war alles wichtig. Wie fandest du denn das Pärchen? Fandest du, sie hatten Chemie? Fandest du, es war glaubwürdig? War es dir zu kitschig? War es dir zu sexy? Das war ja auch was, was in der ersten Staffel immer gesagt wurde. Zu viel Sex, zu sexy, zu, ja, too much von allem. Ah, das Problem hatte ich tatsächlich so zwischendrin. Also ich finde, die Chemie von beiden, das passt. Und ich habe auch kein Problem tatsächlich mit den Schauspielern. Ich habe so ein Problem, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, ich weiß, ist einfach Spacing. Es gibt für mich so ein paar wirklich interessante Ansätze, so diese, die Cressida, die da versucht, ihrem Exil auszuweichen, indem sie sich selbst dann auch als Lady Whistledown präsentiert, um ihrem Schicksal einfach zu entgehen mit einem sehr, sehr alten Mann eine Laison einzugehen und da dann einfach auch weggesperrt zu werden. Und das sind so Punkte, wo ich mir denke, das ist gut, das könnte spannend werden, aber leider ist es hier auch wirklich so gewesen, ich weiß, da liegt der Hauptaugenmerk schon auf Romanze und allem drum und dran, aber ja, da hätte ich mir tatsächlich einfach, da hätte man mehr draus machen können. Das wird immer so schnell, finde ich, aufgelöst oder teilweise auch im Keim erstickt, dass ich da für mich keine wirkliche Bedrohung oder spannende Begegnungen daraus resultieren könnte. Also klar ist bei Colin dann, er sagt dann auch, er regelt es und versucht da Penelope, nachdem sie es dann halt auch wirklich, und das ist eine tolle Szene, wo es gebeichtet wird, dass sie es ist, weil vorher wird ja so, wird es ja so dargestellt, dass sich Cressida als Lady Whistledown praktisch outet, um halt wie gesagt ihrem Schicksal zu entgehen. Aber ja, mir fehlt so dieser Spannungsaspekt. Es ist, ich, ich habe mich wirklich ziemlich durchkämpfen müssen, teilweise. Oh, ehrlich, krach. Ja, ja, das war schon, ich fand, war schon bitter. Ja, ich fand die letzten vier Staffeln, die haben ein bisschen an Luft verloren. Die ersten vier fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil ich natürlich auch darauf hingefiebert habe, dass die beiden zusammenkommen. Aber jetzt konnte ich natürlich auch, war ich wirklich investiert in dieses Hauptpaar. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist das Problem halt bei Bitschatten, du hast einen sehr, sehr großen Cast, du hast natürlich immer eine Hauptpaar, auf dem das Augenmerk liegt. Aber daneben, eben weil du so einen großen Cast hast, möchtest du ja trotzdem auch wissen, wie geht denn die Geschichte der anderen weiter. Ja, und deswegen werden ganz viele B, C, D und F-Stories oder B, C, D und F-Plots nebenbei aufgemacht, die dann auch noch so nebenbei laufen. Und da ist, wie du sagst, die ein oder andere von diesen Storys sind schon ganz spannend, wo man sagt, da würde ich gerne noch mehr erfahren. Aber dadurch, dass das halt nur eine Nebengeschichte ist und da eben nicht das Hauptaugenmerk drauf liegt, geht das dann irgendwie verloren. Dann wird es entweder komplett keimerstickt oder zu einem unzufriedenen Ende gebracht oder so. Also es ist so ein bisschen, also alle werden zu einem Ende gebracht. Das finde ich schon mal gut, dass da keine losen Faden sind oder so. Bei dem einen oder anderen Story hätte ich mir auch gewünscht, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr davon erzählt wird. Das Problem ist halt bei Butcherten, dass ich manchmal das Gefühl habe, die verzetteln sich so ein bisschen. Sie möchten irgendwie den Zuschauererwartungen gerecht werden. Wenn jemand zum Beispiel jetzt Fan war von der zweiten Staffel von dem Pärchen Anthony und Kate, dann möchte der natürlich jetzt in der dritten Staffel auch wissen, wie geht es mit denen weiter. Auch wenn dieses Pärchen nicht mal das Hauptpärchen für die Staffel ist. Deswegen wird da natürlich trotzdem auch noch ein bisschen was über die erzählt. Dann bekommen die halt auch noch ihre Szenen. Genauso ist es mit Eloise und die ja dann die Freundschaft mit Cressida aufbaut und eben Cressids Schicksal, die ja dann später so noch eine Rolle spielt als Erpresserin. Und da irgendwie sich der Kreis so ein bisschen schließt. Das ist die Geschichte von Benedikt mit seiner Amour Trois oder wie man diese Dreiergeschichte. Und das sind alles so Nebenplotlines, die mich tatsächlich eher ablenken. Weißt du, also ich habe das Gefühl, die verzetteln sich. Ich hätte die Geschichte um Benedikt zum Beispiel überhaupt nicht gebraucht. Wofür war die gut? Die hat keinen Mehrwert gehabt für die Gesamtstory von Colin und Penelope. Die war einfach nur dafür da, weil man halt als Zuschauer mehr wissen möchte. Und irgendwie mehr auch wissen möchte über die Familie Butcherten. Und natürlich, klar, wurde ein bisschen vorgebaut, ich vermute für Staffel 4, weil in der Büchereinfolge ist es so, dass das dritte Buch über Benedikt geht und erst das vierte Buch dann über Colin und Penelope. Und hier haben sie halt Colin und Penelope vorgezogen für die Staffel 3. Und dann ist meine Vermutung, dass sie wahrscheinlich dann für Staffel 4 Benedikt nehmen werden. Aber ich habe zumindest vorhin gelesen, dass ja am Ende, als John seine Cousine vorstellt, dass sie ja da geändert haben, dass das ja jetzt eine Frau ist. Und dass sie wohl mit Eloise dann in Schottland, wo sie dann hinfahren, wohl da eine Beziehung starten irgendwie. Ja, also es ist so, das ist jetzt natürlich, das ist ein massiver Spoiler, tatsächlich auch für die, die sie schon gesehen haben, aber im Original, in den Romanen ist es so, dass tatsächlich, also andersrum. Hier in der dritten Staffel war es ja so, dass wir tatsächlich noch eine zweite, eine B-Beziehung hatten sozusagen, die nebenbei gelaufen ist. Und das war nämlich die Romanze zwischen Francesca und John, die sich ja auch kennengelernt haben und angebandelt haben und am Ende auch geheiratet haben. Ich hätte zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass wir in dieser Staffel 2 Hochzeiten in der gleichen Folge sogar noch zu sehen bekommen. Das war auch eine große Überraschung. Und die Geschichte von Francesca und John im Buch, und da muss man jetzt immer wirklich sagen im Buch, weil die Serie ändert auch einiges. Da ist es so, dass Francescas Mann John gleich im ersten Jahr stirbt, der Ehe. Und sie dann relativ lange trauert und also wirklich oder Jahre trauert. Und dann tatsächlich aber sich in den Cousin von ihm verliebt. Und das ist aber ein Mann im Buch. Und hier ist halt aus dem Cousin eben eine Frau gemacht worden, eine Cousine, Michaela Sterling, statt Michael Sterling. Und ich vermute mal, dass da dann eben die queere Liebesgeschichte entsprechend eingeführt wird. Und das passt ja auch dazu, hast du es mitbekommen, und zwar in der gleichen Folge, ein paar Szenen früher, hat Francesca ja mit ihrer Mutter gesprochen. Ihre Mutter hat erzählt, ja, als ich deinen Vater kennengelernt habe, da war ich so verliebt, ich konnte kaum ein Wort rausbringen. Ich habe rumgestottert und konnte keinen ordentlichen Satz sagen und ich war einfach so hin und weg und total verliebt. Ich habe gedacht, so muss Liebe sein. Und jetzt habe ich aber an deiner Beziehung mit John festgestellt, dass es vielleicht nicht so sein muss, sondern dass es auch andere Arten von Liebe gibt, weil Francesca eine sehr zurückgezogene Person ist und John auch. Und die beiden halt eine sehr, sehr stille, ruhige Liebe haben und eben nicht so ein himmelhoch jauchzendes, dramatisches Ding, wie zum Beispiel jetzt auch Colin und Penelope oder eben Violet und ihr Mann hatten. Und ich habe mich noch gefragt, ah, okay, interessant, hm, und wofür diese Szene in dieser Folge drin ist. Und am Ende dann wird ja Michaela Sterling vorgestellt von ihrem Cousin, also von dem Mann, von Francesca. Und Francesca kriegt kein Wort raus und fängt an rumzudruxen und kann irgendwie sich kaum vorstellen. Und ich dachte, oh, okay, wenn das jetzt nicht mal hier der Wink mit dem Zaunfall ist, das, ja, das ist vielleicht dann, ja. Und deswegen, ich könnte mir auch vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht beides parallel läuft oder so. Mal gucken. Aber das ist jetzt Spekulation über Staffel 4, das wollten wir eigentlich gar nicht. Insgesamt, wie gesagt, wie fandest du es denn, dass wir zum Beispiel noch ein zweites Hauptpaar gehabt haben mit Francesca und John, deren Liebesgeschichte auch sich komplett über diese Staffel jetzt gezogen hat? Also mitkennenlernen und umeinander werben und dann am Ende auch heiraten? Ja, ich finde, die fallen so, die fallen wirklich hinten runter. Also sie sind immer wieder mal so ein Teil, aber ich finde, so das Hauptaugenmerk ist halt wirklich Pollen. Ich dachte noch so, ah ja, als noch die zweite Hochzeit, dachte ich, ach Gott, stimmt, die heiraten ja auch noch. Also die waren mir schon, die habe ich schon komplett gestrichen und dachte, okay, ja, ach so, stimmt. Insgesamt muss ich aber sagen, unabhängig davon, dass die beiden jetzt auch mein Lieblingspaar sind und deswegen ja sowieso einen kleinen Stein bei mir im Brett haben, aber ich fand die Chemie stimmig. Als Paar haben die für mich sehr gut funktioniert. Auch die Entwicklung der Beziehung hat für mich gut funktioniert. Ich habe der Schauspielerin abgenommen, dass der Charakter, dass Penelope eben schon seit Jahrzehnten in Colin verliebt ist und jetzt eben endlich, endlich er auch merkt, dass er sie liebt und dass die beiden dann eben dieses klassische von Freundschaft zu Liebe Ding, dieses Drope durchmachen. Das war für mich alles sehr stimmig. Auch die Chemie der beiden miteinander. Ich meine, da war ja im Vorhinein auch ganz, ganz viel Diskussion von wegen, Butchetten ist ja bekannt für seine Sex-Szenen und alles ist immer sehr steamy und sehr hot und sehr sexy. Und wie wird es jetzt hier in Staffel 3? Da ist vor allen Dingen, da musste Nicola Kaufland vor allen Dingen ziemlich viel Häme ertragen im Presse- und Social-Media-Bereich, weil sie halt jetzt nicht stereotypisch dünn und irgendwie so das ist, was man als Hollywood-Schönheit versteht. Da ist so viel Fettschämung und Hass über sie ausgeschüttet worden. Und es war richtig krass. Und deswegen war ich dann auch gespannt, wie sie diese Sex-Szenen gestalten, wenn es die denn überhaupt gibt. Und Butchetten hat nicht enttäuscht, es gab sie. Es gab die längste Sex-Szene, die wir jemals in Butchetten hatten, mit sechs Minuten. Ja. Punkt. Kurzer Fun-Fact. Sie haben es wirklich sehr ästhetisch gemacht. Also ich finde das, ich habe es nicht mitgekriegt, weil ich es ja nicht so immens verfolge. Das ist mir da tatsächlich abhandengekommen. Aber ja, also ich weiß nicht, was der Quatsch soll. Das ist halt, das Internet vergisst ja Gott sei Dank relativ schnell wieder. Und also wenn die da so einen Schwachsinn posten, dann sollten sie sich einfach was schämen. Also ich halte von so Sachen überhaupt. Die Frage ist natürlich gewesen, bevor wir diese Staffel gesehen haben, hält denn der Bridgerton-Zauber weiterhin an? Kann man sich fragen, weil ich meine, das Konzept ist im Grunde immer das Gleiche. Und gewonnen haben für mich die Staffeln dadurch, dass wir wirklich ganz unterschiedliche Pärchen hatten, mit ganz unterschiedlichen Ausgangslagen. Wir hatten halt in der ersten Staffel tatsächlich das Pärchen von Hatern zu lovern. Also da wurde dieser Trope bedient, inklusive dem Fake-Boyfriend-Trope. Ja, in der zweiten hatten wir dann das klassische Umeinander-Werben. Auch hier hatten wir so ein bisschen dieses vom Hater-to-Lover-Ding, was wir aus der ersten Staffel ja auch schon kannten. Das war, finde ich, eine Beziehung, die gezeigt wurde, wo es doch sehr stark darum ging, dass die beiden sich ineinander verliebt haben. Da ging es um diesen romantischen Aspekt, fand ich sehr, sehr deutlich. Und natürlich mit der B-Story, dass er ja eigentlich offiziell nichts von ihr will, sondern von der Schwester. Und jetzt eben hier in der dritten Staffel haben wir ein Pärchen. Da geht es eben so um diese Liebe, also the one that got away sozusagen, also den man von weitem lange angehimmelt hat. Und wo man endlich, endlich sozusagen die Belungen dafür bekommt, dass man so viele Jahre durchgehalten hat. Und es ist auch so ein bisschen so dieses vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan-Trope, der da drin steckt. Und auch sehr, sehr romantisch. Aber was halt hier anders war als bei den anderen ist, dass wir hier tatsächlich zwei Hauptcharaktere hatten, die sich schon lange kannten. Das heißt, die hatten eine ganz andere Vertrauensbasis als die anderen beiden Pärchen. Das hat für mich halt wirklich richtig gut funktioniert. Deswegen kann ich für mich sagen, dass für mich der Bridgetten-Charme tatsächlich funktioniert hat. Und dazu gehören natürlich klar die tollen Kostüme, das hohe Produktionsniveau, allein schon diese ganzen Ballszenen, wie das alles dekoriert ist und geschmückt. Und die tolle Musik auch. Also wenn Pop-Hits einfach klassisch interpretiert werden und du dir so eine Ballszene anguckst und plötzlich denkst, Moment mal, ist das gerade Rihanna? Weißt du, so wenn da so eine Geige fiedelt. Ja, also das funktioniert für mich alles. Das ist so dieses Bridgetten-Konzept von ganz, ganz viel Show, aber es funktioniert. Also für mich, für dich ja offensichtlich nicht so richtig. Nee, für mich war es da tatsächlich einfach, es war einfach zu wenig. Also nicht zu wenig Show. Hätte es dir gereicht mit den ersten vier Folgen? Hättest du, wenn da ein Schlusspunkt gesetzt worden wäre, vielleicht noch eine Folge extra, so mit Hochzeit oder so, wäre es dann besser gewesen? Nee. Oder fandest du, also ich fand ja zum Beispiel, die letzten vier Folgen waren ein bisschen lang gezogen. Aber dir ging es durch die ganze Staffel weg, hin so, durch? Ja, ich fand es diesmal wirklich schwer. Nee, durch hinweg so. Ich fand es diesmal wirklich schwer. Wie gesagt, es gibt so ein paar Aspekte drin, wo ich gedacht habe, hey, oh ja, jetzt nimmt es Fahrt auf. Aber dann, dann kommt halt die Ménage à trois zwischen rein und dann denkst du, ja, okay, ja, aber ich wüsste jetzt eigentlich gern, also so dieser, dieser Erpressungsaspekt, da hätte man noch, finde ich, das, das wird mir alles einfach zu schnell und zu wohlwollend aufgelöst. Ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich weiß, das ist nicht der Hauptaugenmerk der Serie, aber für mich wäre das so ein, das war so ein Aspekt, wo ich gedacht habe, oh, jetzt wird es aber interessant, jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen. Das hätte man etwas diabolischer und ein bisschen mehr aufblasen können, anstatt es dann, ja, so teilweise einfach in, auch wenn es wirklich der Cast sein ist, eine Arbeit super macht und ich allen wirklich alles auch abnehme, aber wo ich mir denke, oh, jetzt ertränkt es doch nicht in irgendeinem anderen Schmachtzeug, sondern ich will jetzt endlich ein bisschen mehr Bösartigkeit haben. Gut, dafür ist das tatsächlich die falsche Serie. Ja, eben, ja, das weiß ich auch, aber das sind halt so diese, wo ich denke, oh ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich wieder richtig dabei, jetzt ist kein Ball und ich, wie gesagt, also Kostüme und alles top. Also mein Lieblingscharakter unter anderem ist auch wirklich die, ist auch wirklich Queen Charlotte, die hier mehrfach Bälle crasht und sagt, verschwindet, ich muss mit denen reden und dann wirklich auch alle abziehen. Aber ja, mir fehlt so, ja, mir fehlt so ein bisschen der Impact. Also Show und alles top, absolut mega hohes Niveau. Aber das, das waren halt so wirklich Aspekte, wo ich gedacht habe, schade, das ist das, was mich interessiert und das lässt dir gerade einfach wieder in Rauch aufgehen. Das fand ich sehr schade. Also die eigentliche Story, weil, weil, was ja wirklich im Mittelpunkt steht, ist eigentlich nur die Liebesgeschichte und das ist dann dir einfach zu wenig. Aber das kann ich auch nachvollziehen. Finde ich schade, weil ich freue mich ja immer, wenn andere Leute das gut finden, was ich auch gut finde. Aber so grundsätzlich, okay. Ja, tut mir leid. Ja, wunderbar. Na gut, ich bin ja sowieso ein Fan des Genres. Also deswegen, das ist ja dann, da bin ich ja schon ein bisschen voreingenommen. Insgesamt, wem würdest du die Serie empfehlen? Also du hast ja jetzt gesagt, okay, für dich war es dann doch nicht so das Richtige jetzt. Kann jemand, der zum Beispiel nicht begeistert ist von Period Pieces und so Historien und Kostümdramen, kann der sich auch dafür begeistern, meinst du? Oder empfiehlst du es doch lieber eingesessenen Kostümdrama-Fans? Nein, man kann auf jeden Fall reingucken. Es ist, also was heißt reingucken? Na klar, natürlich mit Staffel 1 und Folge 1 anfangen. Aber jeden, der sich so annähernd an dieses, auch gerade so dieses Jane Austen-Szenario, wer sowas mag und sowas schätzt, kann sich das auf jeden Fall angucken. Und alle anderen können auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Also das ist, wie gesagt, das ist kein, ich sage jetzt nicht, dass es scheiße ist, um Gottes Willen. Nur ist es einfach von der Thematik her überhaupt diese Staffel gar nicht wirklich meins gewesen. Aber ansonsten jeden, den es interessiert, weil das ist optisch und auch schauspielerisch, ist das schon sehr, sehr gut. Wunderbar. Dann lasst uns doch hier einen Schlusspunkt setzen. Ihr da draußen, viel Spaß beim Schauen und auf die nächsten Staffeln butcherten, nicht wahr? Und natürlich auf die nächste Tele-Stammtisch-Review. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.